Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch das Game Maskmaker auf der Quest 2 und das Game ist vor zwei, drei Tagen erschienen, kostet 19,99 Euro im Quest Store und es ist auf Deutsch, aber leider haben wir keine deutsche Sprachausgabe. Trotzdem können wir, wenn wir Englisch nicht gut verstehen, der Story so folgen und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Von daher, ja, Einstellungen, wir haben ein paar Einstellungen, hier kann man sich die Steuerung anschauen, hier wird dann uns alles erklärt. Sprache kann man sich hier einstellen, Text, Sprache, Deutsch und dann haben wir hier Englisch oder Französisch, wir lassen es auf Englisch und dann haben wir die Bewegung, wie wir was haben möchten, wie wir uns drehen möchten und so weiter. Komfort, Vignette ist hier ausgeschaltet, dann können wir die Bodenhöhe uns anpassen, ist auch ganz cool, dass man das machen kann. Ob wir hier 360 Grad Tracking-Modus haben möchten, ja, wollen wir. Barrierefreiheit, ob wir hier die Sachen halten sollen oder nicht und dann können wir uns die Vibration noch deaktivieren, wenn wir wollen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Welt vom Maskmaker rein und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Altbürste in die Welt des Maskenmachers eintreten, ein Ort voller Fantasierätsel und viele Geheimnisse zu entdecken. Ja, die Übersetzung ist nicht immer ganz richtig. Wer bin ich? Da frage ich mich schon lange. Grafisch finde ich das ganz gut gemacht. Da ist ein Blatt hingefallen. Schauen wir uns das mal an. Lehrling gesucht. Handwerklick begabt. Ja, soll handwerklich heißen. Kost und Logis wahrscheinlich frei. Fantasie benötigt. Der Lehrling verschreibt sich einer disziplinierten Lebensphilosophie rund um die uralte Kunst der Maskenmacherei. Das Wort des Meisters ist heilig und voller Weisheit. Die Lehrzeit ist lang, verspricht aber ein erfülltes Leben rund um die Tradition der Masken. Okay. Schauen wir mal, wo wir hin. Oh, da sehe ich eine Maske. Verwende den Stick, um dich zu drehen. Maskenladen. Okay, da sind wir ja schon mal richtig, ne? Wow. Gib es zurück! Du... Du bist nicht bereit. Also mach mich bereit. Du riskierst alles. Du verstehst nichts. Du krägst für nichts. Dann hast du mir gut beinhaltet. Ich kann nicht enschweren, das es nicht lernen werde. Ich kann nicht enschweren, das du immer nicht selbst sein werde. Ich bin z備 auf eure Wiedel. Ich bin z備 auf deinen Regeln, alter Mensch. Du hast mir noch nichts gegeben. Du hast noch nichts gegeben. Ich bin ja. Ich habe dir die Chance gegeben. Du hast nicht... Ich habe dir die Chance gegeben, dass alles sein wird. Oh, der hat seinen Meister umgebracht. Ein bisschen creepy, ne? Oh, da passiert was. Okay. Once, there was an old mask maker, the last master of a magical trade, owner of a renowned mask shop. Every year, his masks would transform the town. Children could play the monster beneath the bed. Lovers could discover themselves and each other. The old could be young and new, and the young could even seem wise. All only for a night, at carnival time. But amid the revels, the mask maker was alone. He feared that he would take his secret knowledge, the three ancient laws of carnival, with him to the grave. For fashions change, and humans find ever new ways to change themselves. And few wanted to learn the old secrets of paint and pasteboard. But hope wears all kinds of faces. One day, a boy with no name arrived at the shop. A boy from the streets come looking to steal anything that would fit in his pockets or his mouth. Lässt du das noch? A boy from a hard world who had already worn many masks. The old man offered him a choice. Return to the streets, pockets empty. Or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance. The old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. Oh. No! Habe ich's kaputt gemacht? Still broken. The master's master is dangerous. 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 Okay, jetzt haben wir hier am Laden. You can already tell, there is much more to this shop that meets the eye. Right now. Explore. Find the hidden door. They are not ready. Geheimtür finden. We must trust. The workshop awaits them. A white pawn. All the other pieces are missing. Chess was the only recreation we permitted ourselves during the long days in the shop. Many pieces of our memory are misplaced since he changed the rules. You will find pieces of our memory along your quest. Mhm. They move near the workshop. Perhaps they can feel it. Mr. Hamilton. Can they feel it? What happened here? Oh. Guck mal. Oh, guck mal. Da haben wir. Da sind Symbole drauf. Das wird wahrscheinlich irgendein Rätsel sein. Das könnte was mit dieser versteckten Tür zu tun haben, würde ich fast sagen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Blätter sind, wo irgendeine Zeichnung oder sowas drauf ist. Handwerklich. Drücken. Rechtschöpfhieler gefunden. Aber auf der Maske ist auch nichts eingezeichnet, oder? Nee. Okay. Ist natürlich cool, dass man das so dann natürlich auch gut im Sitzen spielen kann. Da sehe ich Symbole. Kreise. Rauten. Okay. Probieren wir mal. Das sind ja genau die Symbole, die wir hier sehen. Machen wir einfach mal von links nach rechts. Kreis. Schau rund um den Shop. Es ist ein Riedel, um eine schreckliche Tür zu öffnen. Kreis. Rauten. 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 Okay, der dritte, den habe ich schon auf gut Glück irgendwie verdreht. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Rätsel schon mal gelöst. Okay. Da ist die Werkstatt. Rauten. 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 Die Maske ist da, within the wood. Und so kriegt man immer andere Masken für andere Welten. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Das war schon immer gut in Holzbearbeitung. Okay, da wird uns gezeigt. Dieses Karpfen wird die Grundlage von vielen Masken sein. Du hast schon ein bisschen von der Maske-Magik gelernt. Deine erste Maske, dein neues Gesicht. Ah, guck mal, da geht's schon los. Ein neues Gesicht. Willkommen, Apprentice. Ich bin King Prospero. Du musst mich suchen. Hat meine Fahne so weit gespürt? Ich bin Janitor, Landlord und Supreme Monarch Das ist ja alles. Ach, guck mal, da ist er schon. Schon jemand. Hi. Well, first lesson. Maske are the gateway to this place. Try taking off the mask now. And then, come straight back. They return? Good. Good. There you are. Okay. Feels good, eh? Whoops. Try not to break anything. I've just got the place the way I like it. I don't know. Still and quiet. Ah, I admit these islands have a certain tumble down charm. Now, are you feeling watched? Do you see that figure on the next island over? He wears the next mask you must craft. You will need to take a closer look at the mask. Did you spot an old spyglass in the workshop? They're back. Spyglass. Ah, guck mal. There comes a jingle-geräusch, genau. The spyglass. The gift of seeing and being unseen. This is a crucial tool for a mask. Ah. You have found my faithful old spyglass. Haltet your greif-taste with leeren hands. You will need it. A mask makes a sea as much. Now, hold your breath for a second. Yes. Got it. A blueprint. Now, that's a sight I've not seen since. See, this has the same base mask as the one you wear. Now, but with two of those white clasp shells on the top. And you will find the components for your masks somewhere around here. Okay, also müssen wir jetzt hier irgendwelche Muscheln suchen. Guck mal, da führt ein Weg runter. So. Also vom Look hier gefällt mir das. Stein. Na, das ist eine kleine Muschel, ne? Weg. Ne. Lass mal wieder runter, vielleicht können wir die gleich da nochmal reinholen. So, scheinbar werden wir hier wahrscheinlich irgendwie fündig werden. Da ist nichts drin, okay. Ah, guck mal, da sind doch welche. Rote. Ah, weiße. Ah, weiße. Did you feel that? Once you have found a new component for your masks, like this white clasp shell, then the workshop will always have a ready supply. Ah. Such is the magic of the mask maker. Okay. Also wir haben dann unendlich viele Muscheln dann in unserer Werkstatt. Jetzt haben wir hier eine... New print. How long has it been? The base is already there for you. On the bench. Near the plain. Genau, packen wir es nur dahin. The first one will only be useful to come back to your first location. So, machen wir mal schnell eine. Ah, white clasp shells. Okay, sobald deine Maske fertiggestellt wird, kannst du sie nicht mehr verändern. Okay. Also, die muss rot sein. So, dann würde ich sagen, packen wir die Maske. So, dann würde ich sagen, packen wir die Maske. Genau, wir wollen die bearbeiten. Guck mal, hier sind die white clasp shells, die du gefunden hast für die neue Maske. Weih die Maske. Learn the truth about yourself, but do not trust your eyes and ears. There you are. That was fast. Da sehen wir auch unser Fernglas. Kann das uns wiederholen. Guck mal. Look back over where you arrived. You may see the body you were wearing before. The strings cut. Da hinten sehe ich unsere Körper, oder? Da stehen wir. These days, it's the only way to get around. Now, find my next subject and possess it. Okay, wir sollen nächstes Ding finden. Oh, was ist das denn? Jetzt gucken wir uns aber mal an. Folge meinen Gesten und finde mich. Der Mund sieht aber komisch aus, so. Okay. Okay. You'll find these elders statues spread across the realm. Just relics of the old ways. Ignore anything you see or hear, when near them, keep your mind on your apprentice ship. Das ist der Turm, den der meint, oder? Also, diese Statue meint. Also, ich will trotzdem gerne wissen, was das ist. Da oben hat gerade eben das Brot geleucht, glaube ich. Okay. Gehen wir mal weiter. Follow my gestures. Come to the tower. Your power is growing. Unsere Kraft wächst immer weiter, das ist gut. Ach, guck mal, hier geht's auch lang. Jetzt müssen wir eine nächste Position wahrscheinlich finden. Von irgendeiner Figur, die wir dann übernehmen können. Ach, guck mal da. Es ist natürlich gut, dass es immer so ein bisschen highlighted ist. Dass er hervorgehoben wird. So, wir haben auch eine Zoom-Taste. Okay, wir haben das wahrscheinlich... Okay. Okay. So. Oh, da ist was. Da ist was. Gut gemacht. Jetzt kannst du verschiedene Bereiche über dem Raum erreichen. Neue Blueprints, neue Designs. Okay, das ist diese Welt mit dem Roten. Okay, da können wir die Blueprints hinpacken. Oh, wo ist die eine, die ich eben weggeschmissen habe? Ah, okay. Hat er schon hingesammelt. Sehr gut. Nächste. Ist dann wieder eine andere Welt. Okay, wir gehen mal einfach mal hin, oder? So, das bauen wir mal wieder. Nach den hundertsten Masken wird das wahrscheinlich nerven, aber... Noch geht's. Das ist gelb. Das sind zwar... Kann man das denn jetzt anlassen, das rote? Wir brauchen gelb, ne? Okay. Okay. Ah, already your power is growing. So, pack mal direkt. Gucken wir, wo uns das hinführt. Joghedsumpf, haben die ja gesagt. Ah, guck mal. Hallo. Okay. Schauen wir mal. Was für ein Kollege von uns? Okay. Der hat ja jetzt so zwei komische Dinger da oben dran. Die sahen aus wie kleine Äste. Die suchen wir jetzt mal. Vielleicht da oben, wo ein bisschen mit dem Feuer ist. Das soll uns doch bestimmt was zeigen, oder? Da ist ja so ein bisschen mit dem Feuer. Ah. Ah. Ha, ha, ha. Aber sie sind auch für Medizin, auch für Maske. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück, dann können wir uns gleich besser sehen, wenn wir mal die Maske gebaut haben. So. Abziehen. Jetzt müssen wir mal wieder was bauen. Ja. So, Blueprint. Der wird auch nicht freigeschaltet vorher. Na komm. So. 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 Was hat der denn? So. 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 Ich habe es schon gesehen, dass ich das Baskett schon gesehen habe. Insofern, das kommt in die Hand. Was ist das? Lass uns arbeiten, Potionmaker. Trinkenbräuerei. Okay. Irgendwelche Käfer. Ah, drei Käfer kommen rein. Dann bringen wir mal diese ganzen Sachen hier hin. Drei Käfer. Hier hin. Dann drei grüne, ja keine Ahnung was für Blätter. Lass uns mal schauen. Ob wir die jetzt alle hier finden, weiß ich nicht. Oder ob man dafür in ein anderes Land muss. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier irgendwas. Folle meine Gesture und komm zur Tauere. Find die Wahrheit. Eine andere dieser Statue. Sie hat immer für mich gebraucht und nicht gebraucht. Die braucht man auch. Nur die grünen Blätter haben wir jetzt noch nicht, ne? Eine davon, genau. Gucken wir mal jetzt mal hier hin. Vielleicht ein anderes Land jetzt. Das sind die da oben, oder? Das sind die da oben, oder? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in ein anderes Land. Schauen wir uns das erstmal so an. Das ist alles. 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 Als nächstes. Das ist alles. Hier ist es windig. Jetzt können wir hier mal hoch. Oh shit, der Weg lang. Oh, ich hab mal. Ah, okay. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Passt auch nicht, aber den kann man auf jeden Fall hier dran packen. Und der ist da noch einer. No? Nee. Da müssen wir mal schauen. Okay, die hätten jetzt auf jeden Fall Verbindung miteinander. Hier fehlt uns noch was, ne? Das passt aber nicht. Ja, der kann aber auch nicht passen. Das ist schon richtig gewesen hier. Okay. Gucken wir mal was wir oben noch machen können. Success! Industrie! Jetzt müssen wir den blauen Typen wahrscheinlich bis nach hinten fahren und dann anhalten. Damit der auf der anderen Seite ist. Okay, schon mal kein schlechtes Rätsel, finde ich. Das ist immer so richtig. So, lassen wir erstmal so. Das sehen wir von hier aus noch irgendeinen, den wir mit dem Scope sehen können. Nicht wirklich, ne? Aber ich hab da was im Korb gesehen. Schauen wir uns mal kurz an. A wooden dummy. A plaything, given me by my old master. And containing about as much human feeling. He told me I would understand one day how a wooden face is the best friend to a mask maker. I think the old fool had forgotten more about masks than he ever knew about children. Oh man. Da hinten. Den krieg ich von hier aus aber nicht rein, glaub ich. Nee. Ich versuch mal nochmal Spielzeiten. Kann man sie aufbauen so? Nee. Okay. Ich geh mal so nicht rein. Wann komm ich jetzt nicht mehr raus? Okay. Kann ich nicht erstmal raus? Buxieren? Nein. Vielleicht kann ich hier auch erstmal nichts mehr machen. Wer weiß. Jetzt bräuchten wir diese Federn oder so, aber haben wir ja nicht. Das war der Sumpf. Jetzt sind wir aber immer noch beim gleichen Problem. Was hat man mit ihm vielleicht irgendwas übersehen? Hat man mit ihm vielleicht irgendwas übersehen? Mal schauen. Das kann ja natürlich auch sein, ne? oma Instagram- Okay, da steht der erste. Oh, mit dem geht's ja nicht mehr weiter. Hm. Irgendwie müssen wir da hinkommen, aber ... So, den hätten wir, aber den nicht. Genau, da waren wir stehen geblieben. Naja, okay. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Gameplay zeigen. Man kann diese Dinger hier auch immer wieder färben. Je nachdem, was man da haben muss, kann man die Teile halt färben. Und sehe ich neue ... Was haben wir hier? Das ist aber neu, ne? Das ist aber neu, das habe ich eben nicht gesehen. Und das ist mir nicht aufgefallen. Okay, da sind die Fundorte scheinbar. Sind die denn eingezeichnet? Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ja, da sind die Fundorte immer eingezeichnet. Und natürlich nicht, wo man die anderen Sachen findet, ne? Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich das Gameplay. Ist auf jeden Fall irgendwie ein cooles Game mit einer Story dahinter. Und ja, man muss natürlich auch ein bisschen rätseln, wo man jetzt welche Sachen findet. Und ja, dann die ganzen Masken zusammenbauen. Und dann dieses Hin und Her gefällt mir ganz gut, dass man zwischen verschiedenen Welten hier aussuchen kann. Ich denke mal, hier kommen auch noch Welten dazu nachher. Und ja, wahrscheinlich bis man dann irgendwann im Turm ist. Ja, also mir gefällt's bisher. Ist mal ein anderes Game. Nicht immer irgendwie rumballern oder Horror oder so. Sondern einfach mal relaxed ein bisschen, ja, ein paar Rätsel lösen. Also mir gefällt's. Was sagt ihr zum Game? Gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, am Ende möchte ich noch gerne hinzufügen, wir haben eine Facebook-Gruppe. We are World Germany. Ist unten in der Beschreibung. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns da joinen würdet. Das ist eine ganz nette Gruppe. Und ja, da kann man sich über Gameplays unterhalten, über irgendwelche Games. Man kann sich verabreden. Und ja, wenn man Fragen zu VR hat, kann man die natürlich auch da stellen. Und ja, jetzt fängt er hier an. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da joinen würdet. Ja, und falls ihr euch fragt, was hat er hier mit den Quest-Controllern? Das sind die Kiwi-Halterungen für die Quest-2-Controller. Den Link dazu packe ich unten in die Beschreibung. Ist das erste Mal, dass ich die Dinger teste. Und da gibt es natürlich noch ein separates Video zu. Aber mir gefallen die bisher. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.